Willkommen in der Toystube! Ja, moin! So, das neue Video endlich am Start. Ich habe nämlich auch ein bisschen flach gelegen und habe gerade ein bisschen weniger gemacht. Deswegen jetzt endlich ein Video wieder auf diesem Kanal und es geht um Hasbro und zwar um die Marvel Legends Retro Collection im 3.75 Größe, 10 cm Figuren und zwar die Wave 2. Ich habe sie euch schon lange versprochen, Wave 1 habe ich schon gezeigt. Heute gucken wir uns Wave 2 an. Ich habe hier ein komplettes Case damals gekauft und ich würde sagen, wir schauen, was drin ist. Ja, das Ding ist, was mich gerade so ein bisschen verwirrt, ich habe damals ein komplettes Case gekauft. Ich hoffe jetzt, das ist überhaupt der Karton von dem Teil oder habe ich die mal zusammengeschmissen? Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube aber, es war der Karton. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Wave gekauft, ein ganzes Case und da steht jetzt hier drauf 8 Pieces, aber es sind eigentlich nur 7 im Karton. Also man hat nämlich, und das zeige ich euch jetzt, leider immer eine Figur aus der vorangegangenen Wave doppelt drin. Das finde ich immer total blöde. In diesem Falle ist es nämlich Captain America. Den habe ich zweimal. Wenn man ein ganzes Case kauft. In letzter Zeit mache ich das anders und versuche sie mir einzeln zu holen, weil ich keinen Bock habe, immer eine doppelte Figur liegen zu haben. Ja, Captain America in Wave 1 schon gesehen. Wave 1, das Video verlinke ich euch, wenn ihr Interesse daran habt. Dann starten wir aber mit Wave 2. Wir sind natürlich alle wunderschön anpuncht. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, hier sehen wir den Black Panther. Schicke Figur. Ich habe euch ja schon diese Pulse Exclusives gezeigt von Hasbro, die man in den USA bekommt. Die habe ich mir auch alle besorgt. Da sind auch Varianten von Black Panther und so dabei. Auch das Video verlinke ich euch gerne. Die gibt es da mit Foilkarte und all so ein Kram. Richtig, richtig coole Sachen. Und hier hinten haben wir wieder die typische Bio drauf. Ein Foto mit so einer komischen Ausschneidekarte. Das ist bei allen gleich. Es gibt jetzt auch schon wieder neue Figuren, habe ich gesehen. Ich hänge gerade schon wieder echt extrem hinterher. Ich werde euch jetzt aber wirklich mal dann nach und nach alle zeigen, die ich jetzt schon habe. Ich finde es eine mega gelungene Line. Sieht richtig gut aus. Die Karte auch richtig cool. Dann gehen wir zur nächsten Figur. Auch einen Iron Man habe ich euch schon gezeigt. Habe ich auch in der Hasbro Pulse Variante. Ja, einer meiner Mitlieblingscharaktere. Ich liebe dieses Classic Design von Iron Man. Das sieht echt cool aus. Und auch die Figur ist wirklich sehr, sehr gelungen. Da gibt es ja mittlerweile auch die Stealth Variante. Die zeige ich euch auch. Die habe ich nämlich auch schon, aber nicht in diesem Video. Das ist eine andere Wave. Richtig schönes Ding. Hinten drauf dann wieder ein typisches Bild von Iron Man und seine Bio. Der gute Tony Stark. Dann haben wir von Daredevil Elektra. Ist jetzt nicht meine favorisiert. Ich bin sowieso nicht so der riesen Daredevil Fan. Aber egal. Es ist eine richtig gelungene Figur. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich finde die wirklich auch immer schön, wie auch immer die bemalt werden. Ob das eine Bedruckung ist oder eine Art Handbemalung. Sieht richtig gut aus. Schöne Figur mit diesem Teil um die Hüfte. Dieses Tuch. Sehr, sehr schick. Hinten dann nochmal ein Bild und die Bio. Dann Elektro. Habe ich euch auch schon gezeigt. Eine Version aus diesem Hasbro Puls mit Spider-Man zusammen. Ich liebe Elektro. Einer meiner Lieblingsschurken. Ich finde ihn so genial mit diesem Ding am Kopf. Das ist eigentlich schon wieder so albern, dass es cool ist. Ich meine, das würde gar keinen Sinn machen, mit so einem Ding durch die Gegend zu eiern am Kopf. Das stört ja eigentlich nur. Aber das ist ja eigentlich bei vielen Helden so, dass die Sachen dran haben. Die eigentlich total störend sind. Ich meine, wer rennt mit einem Cape rum? Also ein Cape würde eigentlich nur behindern. Dann gibt es auch lustige Videos, wenn die irgendwie so Blooper bei Batman vs. Superman und so. Gibt es so Blooper, wo sie kämpfen und die Umhänge sich um die rumwickeln. Oder auch bei anderen Filmen. Ich glaube auch bei 300 habe ich das auch mal gesehen. Dass dann die Umhänge sich beim Kämpfen um die Leute wickeln. Also kein Mensch würde sich ein Cape umsetzen im Kampf. Aber es sieht cool aus. Aber es ist total albern. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Elektro hinten. Ein Bild von ihm und seine Bio. Sehr, sehr cool. Geniale Figur. Finde ich richtig gut. Und dann gehen wir weiter. Weil es gibt natürlich auch noch, wenn Elektra schon da ist, gibt es natürlich auch ein Daredevil. Wie gesagt, ich mochte ihn nie so richtig in den Comics. Auch die Filme, auch die Serie. Also Daredevil hat mich nie so richtig angesprochen. Trotz alledem ist es ein cooler Charakter. Und ich mochte eigentlich immer, wie er aussieht. Ich mag sowieso so diese Helden, die eigentlich nur so einen Spandex-Anzug anhaben und nichts groß dran. Die finde ich immer irgendwie, ich weiß nicht, sind irgendwie immer die coolsten. Eigentlich hatten alle Spandex-Anzüge früher an, oder? Aber das ist ein richtig cooles Teil. Hinten sein Bild mit seinen beiden Kampfstöcken. Ja, auch da wieder vorne eine Art, ich denke mal, es ist ein Druck vorne auf der Brust. Sieht richtig gut aus. Sorry, dass der Lichtring immer spiegelt im Blister. Das ist immer schwierig für mich, das einzufangen. Das sieht wirklich alles schick aus. Ich kann die Line jedem nur ans Herz legen. Ich versuche euch wieder bei Amazon die Figuren zu verlinken. Da bekommt man die echt zu guten Preisen. Ich habe meine ganze letzte Wave bei Amazon zusammengekauft. Ich hoffe, das bekomme ich jetzt auch mit der Wave mit Venom und so hin. Ich verlinke euch die Figuren. Und ja, mittlerweile sind wir bei Iceman angekommen. Eine X-Man-Figur. Wie gesagt, ich mag es auch bei den Karten, dass die immer unterschiedlich designt sind. Und immer dementsprechend zum Charakter irgendwie oder zu der Gruppe, der zugehört, so ein bisschen angeglichen ist. Sehr, sehr cool. Und die Figur ist mal hier genau wie Johnny Storm die Fackel, den ich euch, glaube ich, in der ersten Wafer gezeigt habe. Genial, weil es ist so eine Translucent-Figur, wo man durchgucken kann. Absolut genial. Ich mag so eine Sache, wenn das so ein Translucent-Kunststoff ist. Das sieht immer sehr, sehr genial aus. Sehr gelungen. Auch das Artwork finde ich gut auf der Verpackung. Und hier haben wir dann auch nochmal das Bild hinten drauf. Seine Bio. Ja, sehr, sehr nice. Oh, mir ist gerade was ganz, ganz Schlimmes aufgefallen. Und zwar sehe ich gerade, dass hier das Schild von dem Captain America in dieser Version so einen leichten Ditch hat. Ein bisschen eingebeult ist. Hm. Das ist schade. Aber, ja, kann man nichts machen. Vielleicht werde ich irgendwann mal, wenn ich die 1000 Abonnenten mit diesem Kanal erreiche, vielleicht mache ich eine Verlosung und diese Figur gibt es dann zu gewinnen. Aber wenn dann erst bei 1000 Abonnenten, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe, wer weiß, wie lange das dauert. Aber das wäre vielleicht eine Idee, dass ich diese Doppelte, die ich hier habe, mit der Delle im Schild, ja, vielleicht einmal dann verlose, wenn die 1000 Abonnenten erreicht sind. Also Leute, haut auf den Abo-Button. Dann gibt es vielleicht was zu gewinnen. Ähm, jo. Hier seht ihr nochmal die ganze Wave 2 aufgereiht. Captain America jetzt rausgenommen, weil er ist eigentlich eine Wave 1 Figur, obwohl er hier mit beiliegt. Aber wieder eine richtig coole Wave. Ich kann nur sagen, ich finde sie gut. Ich packe sie natürlich nicht aus. Ich liebe es so, wie sie sind auf Karte. Ich habe da echt dieses Retro-Gefühl, wie früher, wenn man eine Star-Wars-Figur im Spielzeugladen in der Hand hatte, die ja auch so verpackt waren. Das ist wirklich, ähm, ja, irgendwie, da hat man dieses Retro-Feeling und es ist einfach richtig gut. Ich werde Wave 3 hoffentlich diesmal etwas zeitnah euch zeigen können, dass ich da ein bisschen schneller agiere und euch die gleich hinterher zeige. Und ich glaube, Wave 4 habe ich auch noch liegen. Und da muss ich, glaube ich, wieder gucken, dass ich den Rest mir nachhole. Ähm, ja. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es kommen immer noch Figuren raus, wo ich persönlich sehr glücklich bin. Ich hoffe, da kommen noch viele, viele Charaktere. Und ich hoffe, es kommen endlich mal so Sachen wie Mary Jane Watson und J. Jonah Jameson. Würde ich mich sehr freuen, weil ich ein großer Spider-Man-Fan bin. Ich würde mich auch freuen, man hat jetzt hier schon Iceman, wenn Firestar kommen würde oder solche Sachen. Ich mochte die Zeichentrickserie früher Spider-Man and His Amazing Friends sehr, sehr gerne. Habe ich mega gerne geguckt. Ich habe zwar nie kapiert, warum da Spider-Man, wenn Iceman und Firestar durch die Gegend zieht, weil im Comic irgendwie war das früher gar nicht so existent. Aber ja, es war in der Zeichentrickserie so und irgendwie war es cool. War auch mal was Neues und hatte irgendwie seinen Flair. Jo, sind wir durch. Lasst gerne ein Abo da, das würde mich tierisch freuen. Wie gesagt, 1000 Abonnenten und es gibt vielleicht was zu gewinnen. Also, ich kann das nicht sagen, vielleicht. Also sagen wir einfach so, bei 1000 Abonnenten gibt es einen Captain America zu gewinnen. Das ist jetzt einfach mal gesetzt und das machen wir so. Also haut auf den Abo-Button, aber nicht wieder deabonnieren, wenn die 1000 erreicht sind und ihr nachher hier das Gewinnspiel fertig habt. Das wird auch nicht gemacht, dann gibt es den Finger nach oben. Nein, also lasst gerne einen Kommentar da, was ihr von allein haltet. Und einen Daumen nach oben habe ich, glaube ich, vergessen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt flockig. Tschüss. Tschüss.